Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play Call of Duty Black Ops 2 und heute ein ganz besonderes Gameplay erspielt von FGT B-Soft auf der MapRite spielen wir heute und hat natürlich die Sniper dabei und das Kampfmesser. Heute habe ich mal ein Gameplay vorbereitet, was ein bisschen anders ist. Es geht nämlich um eine Firma, die ihr wahrscheinlich alle kennt und zwar Vodafone, T-Mobile. Diese ganzen Firmen betrügen uns und nutzen uns aus und ich möchte euch auch mal sagen warum. Vodafone hat eine ganz, ganz, ganz betrügerische Masche und zwar geht es bei Vodafone nicht um die Beratung, sondern darum, um so viele Sachen zu verkaufen, wie nur möglich. Ich will euch das auch mal ein bisschen näher bringen. Wenn ihr jetzt mal zu Vodafone geht und euch so einen Handyvertrag anschwätzen lasst, dann zahlt ihr so zwischen 60 und 80 Euro. Die anderen Leute, also viele Leute von euch haben ja so Handyvertrag 25, 30 Euro. Da gibt es ja sehr günstige Internetleistungen, zum Beispiel Aldi Talk ist sehr hervorragend und ich habe auch Vodafone Leute und zahle eben auch so eine enorme Summe. Über 80 Euro bezahle ich im Monat für mein Handy. Inzwischen wurde ich auch sogar ab und zu mal gesperrt, weil ich einfach kein Geld mehr hatte. Musste dann 400, 500 Euro Strafe zahlen. Ach, es war einfach furchtbar Leute und dieses Handy, was ich hier habe, hat mich jetzt in diesem gut einem Jahr schon über 1600 Euro gekostet und das ist einfach zu viel. Zum Beispiel, Vodafone nutzt mich aus. Ich habe gesagt, ich bin Auszubildender, möchte ein Handy haben und die haben mir so einen scheiß Vertrag angeboten über Sachen, die man gar nicht braucht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und bei Vodafone, zum Beispiel, wenn ihr irgendwas ansprecht, zum Beispiel ich habe ein iPad und nutze das zu Hause sehr oft, dann sagen die, hey, du brauchst unbedingt eine SIM-Karte, ein neuer Vertrag hier. Die gehen gar nicht auf die Wünsche der Kunden ein, die wollen nur verkaufen. Die wollen Geld machen, die wollen das teuerste verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, Handyversicherung da, Handyversicherung hier und dann noch Sperrnotrufnummer. Das wird alles als Gratis-Paket angeboten, aber im Endeffekt bezahlt man doch seine 80 bis 85 Euro im Monat. Und viele andere haben auch so einen Vertrag, aber die bezahlen nur 20 bis 25 Euro, weil die schlau sind. Ja, bei Vodafone bezahlt man halt mehr. Und wenn du da dieses Internet mal aufgebraucht hast, das ist bei drei bis vier YouTube-Videos ja der Fall, dann entsteht da eine Nachricht, da steht, möchten sie ihr Highspeed-Volumen aufladen? So. Das wird fett angezeigt und das verlockt natürlich da drauf zu klicken und dann nochmal drauf zu klicken und nochmal drauf zu klicken und dann kommen enorme Handy-Rechnungen zustande. Was habe ich auch gemacht? Ich habe nämlich so 500-600 Euro gebucht, Internet und habe da 20, 30 YouTube-Videos angeschaut, man. Und ein paar Sachen habe ich noch hochgeladen. Hatte ich am Ende eine Handy-Rechnung von 600 Euro und muss schon sagen, dieser Vodafone-Händler hat mich doch ganz schön verarscht. Ich bin da reingekommen, der Typ so halt zu mir, hey man, wie geht's dir so, Bro? Bist du nicht YouTube Gamescom auf der PS3? Gut, das war jetzt Spaß. Da habe ich gesagt, ja man, was läuft? Du brauchst einen super guten Handy-Vertrag, hat der Händler dann gesagt. Ich habe gesagt, ich brauche nur ein Handy und dann habe ich unterschrieben. Und mit meiner Unterschrift habe ich das ganze Ding bestätigt. Ja, Leute, habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht mit Handy-Rechnungen, mit Vodafone, mit T-Mobile? Wurdet ihr auch schon verarscht von diesen ganzen Scheiß-Firmen, von den Abzockern? Dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben und euren Frust dalassen. Euren Frust von diesen Betrügern namens Vodafone. Naja, machen kann man da nicht viel, Leute. Wirklich, Vodafone ist da wirklich, in meinen Augen, an der Macht. Die haben Kontakte, die haben super gute Anwälte. Da kannst du eigentlich nicht viel machen. Ist natürlich schade, aber man merkt ja überall. Überall sind Vodafone-Händler. Überall. Ob in Berlin, in jeder Straße mindestens ein Vodafone-Händler. Überall. Es ist ja inzwischen ein Virus geworden. Vodafone gehört inzwischen ja zu Deutschland. Das ist ja wie Maggi. Wie diese Würze da, ihr kennt ja dieser Maggi oder das Brandenburger Tor. Gehört natürlich nach Deutschland dein Vodafone-Händler. Ist natürlich ganz wichtig. Muss überall sein. Überall groß. Das ist super. Schön, die Handyverträge anschwärzen an uns Bürger. Wir können uns ja nicht wehren. Wir werden ja auch verarscht. Wir werden angelogen. Uns wird ja nicht alles erzählt über die Verträge, was da alles drinsteht. Da steht ja 30 Euro. Und aus den 30 Euro werden dann ganz schmal schnell 80 Euro. Weil ja das Telefonieren nicht inbegriffen ist. Oder es entstehen irgendwelche Rechnungen von Handy. So Handy. Ihr wisst schon, was ich meine. Handyschutz. Handy-Reparaturschutz. Und was weiß ich, was ich alles angeschlossen bekommen habe, Leute. Es sind hunderte Sachen, die auf meinem Handy sind. Und ja, das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ich möchte euch einfach nur ganz, ganz dringend warnen, wie ihr eigentlich das richtig macht. Wenn ihr euch ein Handy kauft, dann kauft es bar. Niemals einen Vertrag. Kauft das Handy bar auf die Hand und kauft euch am besten Alitalk. Das ist eine Karte, die kostet so, glaube ich, 7,99 Euro. Da könnt ihr einen ganzen Monat lang umsonst ins Internet. Für 7,99 Euro. Internet nutzen mit eurem Handy, so oft ihr wollt. So. Da habt ihr auch keinen Druck mit Highspeed und was weiß ich. Und bezahlt auf jeden Fall weniger. So. Gut. Also, mein Gameplay ist soweit zu Ende. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen jetzt was erklärt über Vodafone, über die Betrüger, über die betrügerischen Maschen, die, ja, leider jeden Tag stattfinden. Jeden Tag werden Leute abgezockt. Jeden Tag werden Leute in den Ruin getrieben. Und das kann in meinen Augen nicht sein. Ich sage Nein zu Betrüger und sage Ja zur Aufklärung oder wie man das mal so nennen mag. Leute, haut auf jeden Fall rein. Schreibt Kommentare. Was haltet ihr von diesen ganzen Vodafone, T-Mobile, Handyverträge und so weiter. Jetzt habt ihr die Chance. Haut rein Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. So. Ich muss noch auf Ausdrücken. Einen. Und da drin. Vielen Dank.